Die nächste Geschichte ist von einer unserer jüngeren Zuhörerinnen und genau, der Titel ist Bin ich das Arschloch, weil ich das Wort gegenüber meinem guten Freund gebrochen habe? Zu meiner Konfi-Zeit 2019 habe ich viele neue Freundschaften geschlossen. Ein Junge namens Julian wurde zu dieser Zeit einer meiner besten Freunde. Er litt unter Depressionen, sodass ich ihn 2019 bis 2021 versucht habe, so gut es geht zu unterstützen und selbst viel Stress zu Hause hatte, da ich noch spätabends für ihn unterwegs war, um für ihn da zu sein. Er hatte in der Zeit starke Verlustängste und ich versprach ihm, ihn nie alleine zu lassen. Ich unterstützte ihn auch gegen einige Anschuldigungen, wodurch ich selbst Mobbing-Opfer wurde. Dass das passieren konnte, war mir bewusst, jedoch war mir das egal. In der Zeit wurde die Freundschaft mit meinem jetzigen besten Freund wieder sehr eng. 2020 hatten wir alle eine gute Zeit und auch wenn Julian trotz enger Freundschaft mich manchmal random ersetzte, blieb ich trotzdem an seiner Seite und nahm es ihm nicht übel. Im Winter 2020 wurde ich auf den Geburtstag meiner Kindergartenfreundin Sophie zum Geburtstag eingeladen. Daraufhin haben wir mehr Kontakt gehabt und uns oft getroffen. Julian hat das mitbekommen und ihr per Insta DMs geschrieben. Ich stellte die beiden einander persönlich vor und dann trafen wir uns oft alle gemeinsam. Wichtig ist hier zu wissen, dass ich strengere Eltern hatte als die anderen, weshalb ich auch nicht bei den Jungs übernachten durfte. Juni 2021 kam Julian und ich uns dann näher und führten für wenige Tage eine Beziehung. Er hat mir meinen ersten Kuss gestohlen und drei Tage später das Herz gebrochen, weil er sich selbst nicht sicher war und doch keine Gefühle für mich hatte. Er war mir körperlich sehr nah, vielleicht nicht extrem im Vergleich, aber für mich unerfahrenes Küken sehr viel. Das hat mich sehr verletzt. Ich verziehe ihm die ganze Aktion, da die Tage vorher viel Schlimmes bei ihm privat passierte. Meine Freunde sahen das nicht so locker, der eine Woche vorher mit Sophie rumgeknutscht hatte und es da genau wie mit mir beendet hat, woraufhin Sophie auch völlig fertig war. Nach der Trennung war ich sehr verletzt, wollte mich dennoch ablenken, weshalb ich mich mit einem anderen Jungen traf. Julian und Sophie warfen mir daraufhin vor, dass mein Verletztsein nur gespielt war. Nach den Sommerferien kam ich in die Oberstufe, weshalb ich nicht mehr viel Zeit hatte, mich jedes Wochenende zu treffen. Am Anfang luden sie mich noch ein, aber irgendwann fragten sie nur noch meinen besten Freund, weil ich ja sowieso nichts darf. Mich hat es sehr traurig gemacht. Dann erzählte mir mein bester Freund, dass Sophie und Julian kurz nach unserer Sache eine F-Plus begonnen hatten und das, nachdem es bei mir so einen Drama gab, als ich was mit jemand anderem hatte. Die beiden ließen mich dann zusätzlich an meinem Geburtstag sitzen. In Klammern, da sie sich mit meinen anderen Freunden zerstritten hatten, entschied ich mich, nur mit ihnen feiern zu wollen. Und kamen nicht, obwohl ich alles so schön vorbereitet hatte und viel Geld für Kuchen und so weiter ausgegeben hatte. Ich habe sie dann auch mal auf die F-Plus angesprochen. Da wurde ich jedoch nur belogen und es wurde gesagt, dass überhaupt nichts zwischen den beiden wäre. Auf dem nächsten Geburtstag von Sophie wurde ich über mein ganzes Leben ausgequetscht und über mein Leben sowie über meine neuen Freunde wurde nur gelästert. Ende 2021 ging es dann so weit, dass ich die Freundschaft zu den beiden beenden musste. Auf Apps, die ich nicht blockierte, wurde ich beleidigt und mir wurde vorgehalten, dass ich eine Lügnerin wäre, weil ich mein Wort gegenüber Julian nicht gehalten und nicht geblieben bin. Ich frage mich, ob das stimmt. Fun Fact, Sophie und Julian sind seit knapp fünf Monaten auch offiziell in einer Beziehung. Autsch. Mies, ne? Voll. Ey, erstmal tut mir ganz doll leid, was du da für eine Erfahrung machen musstest. Denn das ist einfach, das ist richtig doof. Du warst, in dem Moment warst du für jemanden da, der dich ganz dringend gebraucht hat. Und in dem Moment, wo du diese Person ganz dringend gebraucht hast, wurdest du verlassen. Und das nicht nur von dem Typen, sondern auch noch von einer Freundin. Und das tut richtig weh. Also, ja. Und du bist auf gar keinen Fall ein Arschloch. Deswegen, ne? Und ich bin auch der Meinung, ich finde es total krass, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Dass sie auch so geschämt wurde, weil sie sich mit jemandem ablenken wollte. Obwohl die beiden dann miteinander genau das Gleiche machen. Das finde ich, ist auch einfach so ein Unding, was einfach meiner Meinung nach gar nicht geht. Und wo ich finde, sie sich auch echt keine Vorwürfe machen soll. Es klingt, also ich will jetzt nicht urteilen, aber es klingt für mich so ein bisschen, sogar so ein bisschen bösartig. Auch das mit dem Lästern und dem Ausgrenzen und so. Ich finde, dass sie sich da auch gar keine Schuldgefühle machen muss. Weil in dem Moment, in dem sie gesagt hat, sie ist für ihn da, war sie ja auch für ihn da. Aber Menschen ändern sich. Also ich kann halt auch, das sage ich auch immer beim Heiraten. Also jetzt kurzer Topic-Switch, aber wo ich mir so denke, ich kann sagen, dass ich dich liebe. Aber ich tue mich schwer zu sagen, ich werde dich bis ans Ende meines Lebens lieben. Oder dass wir bis ans Ende unseres Lebens zusammen sind. Einfach, weil es auch einfach sein kann, dass ich in zehn Jahren mich krass verändere. Mir irgendwas passiert, ich eine Sucht entwickle oder auch andersrum und es auseinander geht. Man weiß nie, wie es Leben spielt. Und was wichtig ist, ist, was man in dem Moment tut. Also ich finde es krass, dann Jahre später zu sagen, dass sie eine Lügnerin ist. Weil sie, nachdem sie schlecht behandelt wurde von diesen Personen, Grenzen setzt und sagt, hey, ich kann nicht mehr. Absolut, vor allem, du kannst, also lebe im Hier und Jetzt. Und das hast du damals gemacht. Du warst im Hier und Jetzt für ihn da. Du hast ihm im Hier und Jetzt geküsst. Und er hat sich leider im Hier und Jetzt verlassen. Und klar liegt es vom heutigen Zeitpunkt aus zurück. Aber ungeachtet dessen, was damals passiert ist, ist es einfach ein Fakt, dass sie gerade in der Situation darüber hinwegkommen wollte. Und den ganzen F-Plus-Geschichten der beiden eine Chance gegeben hat und trotzdem er für beide da sein wollte. Beziehungsweise für ihn, für Julian. Und dann ist es einfach halt, ist es nicht, in Nächten nicht nett, was da mit ihr passiert. Und dass sie da so, dass sie da so fertig gemacht wird von beiden Seiten. Ich muss auch nochmal kurz mich aufregen über diesen Julian. Ich muss es mal kurz sagen, weil anscheinend hat er ja das Gleiche auch eine Woche vorher mit der anderen gemacht. Und wir wissen ja nicht, ob es vielleicht noch andere FreundInnen gab, wo er das auch gemacht hat. Also es klingt für mich auch so ein bisschen so, als hätte er einfach nur ausgetestet so ein bisschen, was geht. Und sich dann das genommen, was irgendwie am besten passt. Sie hat ja auch gesagt, sie hat strengere Eltern. Krass, fand ich, war auch ein Punkt. Ja, und also sie hat mir das auch so geschrieben. Wir haben auch ein bisschen uns ausgetauscht. Und das ist halt wirklich so ein Ding, dass sie dann konsequent ausgeschlossen wurde. Weil ihre Eltern das halt nicht erlaubt haben, wenn sie irgendwie noch super spät unterwegs war oder irgendwo anders schlafen wollte. Und dass sie dann gar nicht mehr eingeladen wurde, weil sie halt nichts darf. Wo ich mir so denke, dann legt die Treffen doch so, dass es für alle passt. Also ich finde, ich muss mich da echt aufregen. Und ich muss ganz klar an die Third-Stellerin sagen, du bist kein Arschloch. Oder wenn jemand anders hier dabei ist, der in eine ähnliche Situation durchlebt, ihr seid keine Arschlöcher. Weil ihr Jahre später, nachdem die Person, die ihr mal versprochen habt, dass ihr für sie da seid. Und euch schlecht behandelt. Irgendwann sagt, hey, ich kann nicht mehr. Und ich ziehe jetzt die Grenze. Voll. Ja, voll. Vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, das ist auch so ein Alter, wo man sich natürlich ausprobiert. Und hey, das ist auch voll wichtig. Und solche Erfahrungen zu machen, so schmerzlich sie auch sind, gehören dazu. Und das Schöne ist, das möchte ich an die ganze Community weitergeben. Weitergeben, ja. Also auch in dem Alter vor allen Dingen, an die Leute, die in dem Alter sind, diese Zuhörerinnen. Das sind alles Erfahrungen und daraus werdet ihr stärker, glaubt es mir. Also ich meine, ich bin jetzt auch nur zehn Jahre älter, aber... Aber die zehn Jahre hatten es in sich, ne? Die hatten es wirklich in sich, meine Freundin der Sonne. Also, bleibt stark, bleibt stark wirklich. Und nehmt solche Erfahrungen wirklich mit, dass ihr daraus lernt.